Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo Manuel am Abend, Freunde. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, neue Folge mal am Abend. Folge, ihr wisst es, ich weiß es auch. Und zwar die 621. Ja, ja, genau so ist es. Ja, ich schaue gerade ein bisschen Fernsehen. Es ist 59. Jetzt haben wir 21 Uhr gleich in einer Minute. Und ja, ich werde mir jetzt nämlich hier was angucken im TV. Und ich habe mir gedacht, ja, nur Gerede ist ja auch nichts. Deswegen gibt es heute mal wieder ein Video. Ja, auch ein älteres Video. Keine Frage. Schaut es euch an. Dann sehen wir uns wieder. Hier natürlich. Zu. Wie gewohnt. Manuel am Abend. Ich weiß, eigentlich sollte keines Können mehr kommen. So in dieser Form. Aber ich hatte heute mal wieder das Gefühl, zu machen. Na ja. Manuel am Abend, Freunde. Ihr schaut euch jetzt einen schönen Film an. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder zum anderen Abend. Ich werde mir zum TV was anschauen. Und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Bis gleich. Jetzt mit. Nein. Keines Können Film. Aber ein tolles Video. Viel Spaß damit. Und los geht's. Ah. Teil停. Das ist. thôi. 扔ast. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Kaninchen frisst Gras. Dieser freiwillig laufende Wildhase frisst Gras. Jetzt kommt noch ein, der im Hintergrund gelaufen ist, die... Das Kaninchen frisst Gras. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 also 19 Uhr abends natürlich nicht morgens und ja die Fotos die ihr links oder rechts seht gerade die habe ich gemacht und ja wollte ich gesagt haben ja ich wollte euch noch eine Sache sagen und zwar ich weiß er ist zwar nicht der richtige Ort aber ich habe mir gedacht es ist irgendwo doch der richtige Ort aus dem Grunde weil ich finde es ist wichtig und auch ja wenn man so Videos macht wie ich dann geht es euch natürlich auch was an und auf diesem Kanal wird sich in der nächsten Zeit einiges ändern ja aber zum Guten ja ich habe mir gedacht das heißt gedacht ich habe es mir gerade einfallen lassen und zwar habe ich mir gedacht dass ein paar Formate sich ein bisschen verändern sollten und auch ein paar Formate nicht ich werde gucken was genau hier auf dem Kanal voraus geht und was ein bisschen ja nicht so ganz voraus geht aber Manuel mal am Abend wird natürlich hier auf jeden Fall bleiben und das sollte auch hier bleiben was ich eigentlich damit sagen wollte ist ich versuche mal am Abend vor allen Dingen jetzt auch wieder öfter zu machen und wie gesagt einige Formate werden sich ein bisschen verändern aber im Guten das heißt ich möchte auch Formate wieder machen so dass ich euch sagen kann hört mal so und so ist es da kommt was für euch auf euch zu und zum Guten für euch und ja ich teste noch ein bisschen und das mache ich natürlich hier auch ein in sag ich mal ein Videoformat und ich versuche für jeden das Beste daraus zu machen aber dennoch möchte ich sagen es wird vieles Tolles kommen hier dieses Jahr für euch Zuschauer aber es wird natürlich auch Tolles Tolles für euch kommen ja wohlgemerkt auch wenn es nicht immer danach aussieht ich muss aber auch noch etwas loswerden ich weiß ich bin nicht immer manchmal sag ich soll jetzt öfter kommen dann kommt erstmal wieder etwas von einer Serie die ich gemacht habe welches ist ja auch egal dann kommt da länger doch wieder nichts dann kommen nur zwei Folgen oder zehn und dann ist der Feierabend aber so bin ich halt nicht und ich möchte aber trotzdem sagen dass man am Abend nicht nur einfach wieder öfter kommen soll sondern regelmäßig und manchmal mache ich ja auch ein Video weil ich ja auch kurz Videos mache und die präsentiere ich dann am Abend und es gibt halt auch Sachen wo ich sage okay ist eine tolle Sache aber es gibt manchmal Tage da mache ich irgendwas eine längere Zeit dann habe ich eine Planung das und das jetzt zu machen und zwei Tage später oder einen Tag später werfe ich alles über den Haufen weil ich dann gerade irgendwas gucke eine längere Zeit durch und will mal eben schnell was mache kurz und knapp und bündig aber ich mache es und ja ich wollte einfach nur mal sagen dass alles was ich hier mache ja wenn ich es mache mit Herz mache aber ich versuche es so gut wie möglich und ich finde von meiner Seite auch mal zu sagen wenn man wie ich ein Video mache oder wie andere Zuschauer die einen YouTube Kanal haben und Videos machen sollte man wenn man ein Video macht es so machen wie man es für richtig hält und wenn es den Zuschauern gefällt gefällt es den Zuschauern ja natürlich gibt es auch einige Zuschauer die sagen mh aber es gibt natürlich auch Zuschauer die sagen hey perfekt super mehr davon kann ich jetzt aber nicht machen weil es ja schon ziemlich spät ist aber es können wird wieder kommen und ich habe ja gesagt dass ich dies können Serie machen wollte dann ist sie nicht gekommen aber dennoch möchte ich sagen dies können Serie wird kommen weil ich mich gerade eben dazu entschlossen habe oder diese Tage schon doch es können machen zu wollen für euch mehr dazu den Trailer demnächst hier das war es heute mit Manuel Martin schaltet wieder ein bis dahin ciao da-da-da oh no da da-da da owo Vielen Dank.